Das MG5, der Nachfolger des alten MG3s, Gewicht haben wir ca. 11,6 Kilo, wo das Rohr alleine schon ca. 2,6 Kilo wiegt. Das MG hat eine Länge von knapp 1,2 Metern, also 1200 Millimetern, hat eine Kadenz von 800, verstellbar in drei Stufen, also höchste Kadenz 800, 720 und 640, kann der Schütze hier vorne stufenlos einstellen. Des Weiteren haben wir eine 4x30 Optik wie beim MG4 mit vierfacher Vergrößerung. Für den Schützen diesmal auch eine individuell einstellbare Schulterstütze mit verstellbarer Wangenauflage sowie Länge der Schulterstütze. Das MG hat einen Kaliber von 7,62 Millimetern, also das gleiche Kaliber wie das MG3 ist, auch die gleiche Munition. Hier sehen wir einmal den direkten Vergleich. Einmal das MG4 mit 5,56 gegurtet und einmal das MG5 mit 7,62 gegurtet. Ich komme zum MG4, der sogenannte kleine Bruder von MG5 mit einem kleinen Kaliber mit 5,56 Millimetern G4x45, also Nato-Kaliber-Standard gegurtet. Ausgestattet mit zwei Optiken. Einmal das RSA, das Reflexvisier für Größerung 0 für den Schützen für den Nahkampf und das ZO 4x30 für maximale Kampfentfernung bis 1000 Meter, aber optimale Kampfentfernung beträgt dann 600 Meter für das Maschinengewehr. Wir haben eine Kadenz von ca. 950 Schuss die Minute. Das MG ist leichter als das MG5, wiegt 7,9 Kilo, so wie es da steht. Ein Gurtkasten hat ein Fassungsvermögen von 200 Patronen. Der Rohrwechsel wird ziemlich einfach gemacht. Der Schütze betätigt einfach nur den Rohrlösehebel, ergreift das Rohr am Tragegriff, kann es nach vorne entnehmen und das Wechselrohr, wenn das erste Rohr heiß geschossen ist, einfach wieder in die Waffe einführen und somit den Feuerkampf wieder aufnehmen. Drei Ziele. Erster Schütze, braunes Feld, äußerst rechts unten, links vom Kugelbaum. Erkannt? Erkannt. Zweites Ziel. Schütze in Stellung bei Gehöft mit rotem Dach zwischen zwei Spitzformen. Erkannt. Dritter Schütze, großes Feld, linker Ausläufer. Erkannt. Unten. Feuer, Erlaubnis. Zweites Ziel. Drittes Ziel. Okay, dann Feuer frei für die drei Ziele. Drittes Ziel. Drittes Ziel. Drittes Ziel. Ausläufer. Scheiße Anfangs. Mal schossen. An der Weide bis zu leicht links. Bei der Seite liegt es auch aussiras. Genau. In der Weide bis zu leicht links. 1 Sekunde. Verschossen! im rechten bereich bei teichmitte ein ziel erkannt erkannt wo teichmitte viel rechter ausläufer teich bei kugelbusch erkannt links hoch zaun mit spitzbaum erkannt auferkannten fein feuer frei ja 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 ja